Move on with your fucking life And I'm the greatest Feeling like the greatest Self-fainted to that happiness Kill the one that made us I want your fucking hands up Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem VP Clan Channel Leute Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, ey Digger, was bist du denn für ein Huren, so ein neuer Kommentator Immer ganz gechippt bleiben Leute Ich werde mich natürlich am Ende des Videos nochmal ganz grob so vorstellen Und jetzt sage ich noch was zum Gameplay Und zwar werdet ihr wahrscheinlich ein Modern Warfare Gameplay sehen Schaut bitte bei den Gameplayerspiele vorbei und bei mir natürlich, falls euch mal ein Kommentierstil gefällt So Jungs, also ich möchte nochmal kurz noch sagen, dass ihr wirklich bis zum Ende bleiben sollt Denn es ist wirklich quasi eure Chance, den Clan zu join Also bleibt bitte bis zum Ende noch dran und ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig Wahrscheinlich habt ihr auch wirklich bemerkt, dass wir auf jeden Fall inaktiv waren Die letzten Wochen, sag ich mal, pro Woche habt ihr ein Video auf die Fresse geklatscht bekommen Und das lag halt wirklich daran, dass die ganzen Kommentatoren vom VP Clan wirklich alle gequittet sind Bis auf einer und jetzt bin ich noch drinnen Und das halt, wie gesagt, alle gequittet sind Das fand ich auf jeden Fall übelste Scheiße Ich weiß auch nicht, wie man so einem Clan wirklich quitten kann Und was soll's, Leute, auf jeden Fall suchen wir noch Kommentatoren, die wirklich gut kommentieren können Die gute Audioqualität haben und keine Piepstimme haben Mindesthalter ist so 14 bis 15, da müsste eigentlich jeder in Sturmbruch sein Und ja, auf jeden Fall Jungs, wer sich bewerben möchte, soll uns auf Facebook schreiben Oder ich verlinke quasi noch mein Skype-Name in die Videobeschreibung Da könnt ihr mich auf jeden Fall noch anschreiben Also sagen, dass ihr euch bewerben möchtet Und da macht ihr halt einfach ein Bewerbungsvideo Oder ich weiß nicht, wie wir das jetzt noch machen Ist nochmal in der Videobeschreibung alles wirklich nochmal ganz grob erklärt Und ja, Jungs, ich kann nur noch sagen, bewerten, kommentieren nicht vergessen Schaut bei dem Gameplay-Spiel und bei mir quasi vorbei Falls euch mal ein Kommentierstil gefallen hat Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute Und ciao